Herzlich Willkommen, Frau Minutärin, auf der Suche nach den Kindern der Danu. Vorher brauchen wir den Aussichtsrat, damit wir auch alle Orte freigestellt haben. Ja und von dort aus gehen wir dann auf die Jagd. Mal gucken, wie schnell wir sie finden, ich hoffe es auch nicht zu lange, weil, naja, ich hoffe einfach es auch nicht zu lange, das ist ja eigentlich der einzige Grund. Der einzigste Grund. Das ist so komisch, dass wir hier, 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 hier. Und nicht auf die andere Seite. Ist das etwa gleich hier? Wenn ich es ganz dehnen, dann ist es auch Zeit. Ja, das ist auch Zeit. Weniger Segel! Vielen Dank! Ah, fast trocken irgendwie. Hier jetzt nur noch den ganzen Weg durchglittert. Irgendwie müssen wir ja alles in die Länge strecken. Ich glaube, dass wir diesen Pilze essen, das war glaube ich in Englerland und nicht in Irland. So. Ich finde, alles sollte irgendwie mit Land aufhören. Irland. Englerland. Norwegenland. Oder Norland. Aber wenn wir tatsächlich nach den Kindern der Danu suchen, wäre es glaube ich tatsächlich irgendwie einfacher, wenn wir bei jemand anderem anfangen, der irgendwie nur einen Hinweis benötigt und nicht drei. Aber hey! Das ist ja unsere Quest, dass wir die Saar töten sollen. Oh, hier haben wir uns aber auch schon wieder... Ich mache es auch wieder umständlich, muss ich sagen. Es gibt ein bisschen Geräusch. Komm! Gleller, schneller! Boah, Alter! Was war das für ein Jump hier? Ich komme wieder in die Superpower von hier raus. Diese nicht menschlichen Fähigkeiten. Das sollte, glaube ich, dein letzter Aussichtspunkt gewesen sein. Sollte, glaube ich, dein letzter Aussichtspunkt gewesen sein. Du harte, diese Riesenstadt. Oh Gott, ist die riesig. Und dann ist das so ein bisschen zu tun. Manning yang nam bille! Davon habe ich das gelesen vorhin. Oh! Und da suche wir mich bitte in der oberen Bucht der östlichen Heidenzüuleis. Das ist auch schon wieder ein Name. Wir haben eh hier eine Aufgabe. Und einen Raumzug. Deswegen machen wir mal beides. Was gibt es hier schon wieder? Einen Regenbogen. Hm. Das könnte auch heißen, dass hier was ist. Bude hier. Hier ist nur wieder irgend so ein anderes Ding. Das sehen wir mal so kurz hier. Und von dort aus dann zum... Ja. Aber war es jetzt eigentlich das Letzte? Joa, sieht so aus. Den Rest müssen wir anscheinend so aufdecken. Na gut. Ich glaube wir werden uns jetzt erstmal die nächsten drei Folgen nur damit befassen. Und weil ich auch noch nebenbei noch den anderen Gramm absahne möchte. Na schau, der ist geschossen. Maybe next time. Hm. und nicht so einen Bühneingang Of course I have no idea So ein Gesicht Ich habe schon mal so Ach hier schon mal sowas Ich glaube der Eingang jetzt doch da oben Nein Frage, wer geklärt Was ich will hier denn hier gesehen Oder sah es nur so aus Sah wahrscheinlich nur so aus Wo ist der Eingang Das ist immer eine sehr verdammt gute Frage Doch da oben Was guckst du mich so an? Das sieht wohl irgendwo vielleicht so ein Spalt oder so Durch den ich gehen muss Bin ich blöd und dumm gleichzeitig Sehe ich es einfach nicht Ah Ein bisschen vorbei Was ist das? Fakt der Nila Fakt der Nila Find alle andere Fakt der Nila Um eine gar keine Truhe zu öffnen Die Nila versteckt ist Okay Ist jubisch So Was gibt es hier meine Freunde auch noch mal netterweise ein paar rohstoffe die folge wird nicht so mit da nur was jetzt wieder mehr ist so wie rätsel auch wenn ich die kacke da gar nicht brauche hallo ich brauche hilfe ließ uns die scheiße schnell dunst ja 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 ich sehe nichts mehr ja 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 Also weil die alle... Heheheheheheh Covid-19 durchgelesen haben. Als wir noch auf die Level-Beschränkung achten mussten. Ach das waren Zeiten. Jetzt keine Räume. Don´n stand in my way. Ich will es aber schnell hinbekommen. 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 Ich will es aber nicht. Ich will es aber schnell hinbekommen. Ich will es aber nicht. Ich will es aber schnell hinbekommen. Nein. Steigen nicht mehr, was passiert, muss ich sagen. Ich bin schon jetzt am nächsten. Ja. Hm. Hm. Ich hoffe, in dem allerneuesten DLC muss ich den nicht wieder in irgend so einen Orden abjagen. Weil, jetzt mache ich jetzt schon seit 13 ein Street-Spiel oder so. Origins, Odyssey. Ich glaube, bei Odyssey war es auch so. Ich glaube, die wir so dann ändern. So oder so reicht es langsam. Gerne wieder eine festende Geschichte. Nein. Voll hilflich mit dir, Wolf. Ziemlich unhilflich. Ja, das ist wieder. Ja. 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 Irrischer Wolf. Keine Verbesserung. Dein Wolfhund beschützt dich länger. Ja. Ich muss ein Lacher Croft-Action hier mal bewerben. Oh, Regenbogen. Regenbogen. Mit dem Reh würde ich tatsächlich noch nicht nachgooglen wollen. Da kann ich mir gerne mal so eine Anzeige vor dem Zeit lassen und einfach mal so nach den anderen suchen. Vielleicht ergibt sich das von selbst. Und das letzte ist Bahram. Also wieder ein Lager, nehme ich an. Das ist ja schon richtig sehr. Oh, whatever das ist. Ich komme hier irgendwo rein. Oh. Oh. Das ist schon mehr von den erwarteten Assassinen. Assassin. Schon. Ich weiß was. Scheiß drauf. Wir teleportieren uns aber wieder raus. Das sollte ja nicht das Problem sein. Wir checken in der nächsten Folge die hier ab. Die Kacke ab. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schnellen.